Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP bzw. Ripple-Update-Video. Ja, es ist Freitag, ihr wisst Bescheid. Wir schauen uns wie immer mal den Ripple-Chartverlauf an und natürlich auch, was gibt es für aktuelle News momentan, welche möglicherweise auch für den Ripple-Kurs zukünftig etwas bedeuten könnten. Doch bevor wir starten, wie immer, gerne dem Video ein Like dalassen, abonniere den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock habt auf die neuesten XRP-Updates oder natürlich auch Chart- und Trading-Signale, kommt da rein, Link unten in der Videobeschreibung. Genauso wie, ich sage jetzt mal, 798 andere, also macht die 800 in der Gruppe auch langsam mal voll. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt direkt durch mit dem Ripple-Chartverlauf und zwar traden wir momentan bei 0,36,5 US-Dollar-Cent. Wir hatten heute Nacht einen starken Abverkauf gehabt bis auf knapp 0,35 US-Dollar-Cent. Das war momentan, nach jetzigem Stand natürlich hat das auch mit Bitcoin zu tun, aber wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, der Chart an sich sieht nicht wirklich bullish aus. Wir sind weiterhin in diesem Falling-Broadening-Vedge, wir sind öfters mal hier oben zurückgewiesen worden, haben aber auch hier unten an unserem Abtrend immer mal wieder Support gefunden. Und was natürlich auch noch wichtig ist, wir haben unser Golden Pocket hier noch nicht erreicht. Das ist diese ganze Aufwärtsbewegung, die wir jetzt von unserem Dump bis hier hoch hatten, bis auf die 0,43, sind wir hier im Golden Pocket-Bereich bei 0,35 bis 0,34,65. Und das ist der Bereich, auf den es meines Erachtens nach sehr, sehr ankommen wird. Einerseits, weil eben das Golden Pocket hier liegt. Andererseits haben wir hier unten auch so eine kleine, was haben wir gerade, 4 Stunden, 4 Stunden Demandzone, die hier auch in diesem Bereich liegt. Das heißt, für Ripple wird es hier, oder für den XRP-Kurs wird es hier sehr, sehr entscheidend sein, wie die Reaktion hier unten drauf gefüllt wird. Jetzt gehen wir mal in den 1-Stunden-Timeframe und schauen uns mal die Reaktion hier an. Und da sehen wir auch, durch diesen Abverkauf haben wir einen riesigen Schatten in diesen Bereichen hinterlassen. Also diesen Bereich hier meine ich riesiger Schatten, nicht wirklich bullisch. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir uns im Laufe des Tages diesen Bereich nochmal holen und dann natürlich auch ins Golden Pocket kommen könnten. Und das ist für mich persönlich ein riesig großer Long-Bereich, wo ich mir auf jeden Fall überlegen würde, je nachdem, wie die Reaktion hier unten ist. Voraussetzung, wir fallen hier nicht einfach durch. Das heißt, ich würde weiterhin Abstand nehmen von Limit Orders. Ich würde hier weiterhin davon ausgehen, den Chart hier ein bisschen zu kontrollieren, sollte es soweit kommen und dann zu gucken, wie viel Volumen kommt da rein. Sollte da kaum Volumen reinkommen, ist es erstmal mal ein Positives. Egal, wir hätten den Schatten gefüllt. Wir sind im Golden Pocket, da fehlt nicht wirklich viel. Und natürlich diese 4 Stunden Demandzone, die hier unten auch noch auf uns wartet. Und dann müssen wir aber hier einen schönen Abtrend kriegen. Und dann ist die Chance, in Richtung 0,38 US-Dollar-Cent wieder fortzustoßen, sehr, sehr groß. Und was man auch dazu sagen muss, wir hatten, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter runter gehen, eine Reaktion, die zweite Reaktion und die dritte Reaktion und statistisch gesehen, bei der vierten oder maximal fünften Reaktion hier oben an unserem Downtrend ist ein Durchbruch sehr wahrscheinlich. Das könnte natürlich dazu führen, dass Ripple bzw. XRP, der Kurs, sich hier deutlich weiter nach oben hin bewegt. Gehen wir jetzt aber mal auf das bearische Szenario ein. Sollten wir das Golden Pocket nicht halten, haben wir weiterhin immer noch diesen RIG, der hier unten bei den 0,30 US-Dollar-Cent liegt. Das heißt, momentaner Stand, wird es wichtig sein, Golden Pocket, Gegenreaktion, dann erst einmal Bullish, dann wird es darauf ankommen, wie reagieren wir hier oben bei der Ineffizienz und dem neuen kleinen Golden Pocket bei 0,37 US-Dollar-Cent. Kriegen wir hier keine Reaktion ein und fallen hier durch, sind die 0,30 US-Dollar-Cent sehr, sehr stark möglich. Und ich sage mal, langfristig ist auch dieser Bereich hier unten um die 0,22, den wir hier auch schon mal des Öfteren besprochen haben, also wo momentan das 1,618 liegt, nicht unwahrscheinlich. Also ich gehe hier momentan jetzt erst einmal kurzfristig vom Golden Pocket aus, bricht es, dann müssen wir uns die 30er-Region zu Herzen nehmen und bricht diese auch, dann ist immer noch die Wahrscheinlichkeit da für 0,23 bis 0,21 US-Dollar-Cent. Ich habe ja schon in den letzten Wochen gesagt, ich werde momentan keine XRP weiter akkumulieren. Wir haben genug Zeit gehabt und genug akkumuliert in dieser Box, ich werde jetzt erst einmal abwarten. Die nächste Kaufzone liegt hier unten bei den 0,30 US-Dollar-Cent, die zweite dann erst hier unten und da würde ich dann auf jeden Fall die Position noch einmal verdoppeln. Aber nach jetzigem Stand kaufe ich keine XRP, ich trade XRP, um da möglicherweise ein bisschen USDT oder XRP zu generieren. Aber wie gesagt, die Range momentan gilt erst einmal und da tut sich wenig. Und das ist jetzt erst einmal auf das, was es ankommt kurzfristig. Wir schauen ganz kurz noch auf die Newslage, XRP, also Ripple, Bridges könnten neue Anwendungsfälle erschließen. Da lese ich euch das ganz kurz mal vor. Hinter dem Konzept einer Cross-Chain-Bridge steht die Idee, Brücken hin zu anderen Ökosystemen zu bauen. Blockchains unterschiedlicher Kryptowährungen sind im Normalfall nicht kompatibel und es ist gang und gäbe geworden, diese Einschränkungen mit Bridges zu überkommen. Klingt also sehr, sehr gut, finde ich auch einen sehr, sehr guten Step, den Ripple hier möglicherweise gehen will. Fix ist es, glaube ich, noch nicht, aber man denkt auf jeden Fall darüber nach. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Anwendungszweck, um sich hier einfach ein bisschen weiter aufzuschließen. Und wir hatten ja schon mal den Punkt gehabt, dass Bitcoin auf dem XRP-Netzwerk versendet werden könnten zukünftig. Also da tut sich einiges. Von der Newslage ist es weiterhin gut. Wir haben keine SEC-Entscheidung. Chart ein bisschen noch so hin und her gerissen. Also nicht wirklich bullish, nicht wirklich bearish. Das kommt jetzt einfach auf die zwei Level an, die ich eben gerade genannt habe. Warten wir einfach mal ab, was da auf jeden Fall noch kommt in den nächsten Tagen. Wir hören uns dann auf jeden Fall zum nächsten XRP-Update, wie immer, jeden Freitag wieder. Also freut mich für alle, die hier immer wieder vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich wünsche allen meinen XRP-Freunden da draußen ein schönes Wochenende oder einen guten Start ins Wochenende. Gerne ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe kommen. Ihr wisst ja, Freunde. Gut. Und damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.